Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen hier zu diesem YouTube-Video-Tutorial Trading lernen, Orderbook-Sculping, Tape-Reading und Trading zur Markteröffnung. Mein Name ist Jens Klatt, ich bin der Gründer von yetkaminostrading.com und im folgenden möchte ich ein Versprechen einlösen, was ich schon vor einigen Monaten in einem früheren Tutorial gemacht hatte, wo ich ein Basic-Tutorial zum Thema Tape-Reading bzw. Orderbook-Flow hier habe einlaufen lassen und wo ich sagte, dass früher oder später sich eventuell mal die Möglichkeit ergibt, die dort theoretisch vermittelten Inhalte dann in einem praktischen realen Trade tatsächlich sich widerspiegeln zu sehen. Jüngst war es soweit, Facebook hat Katastrophale schlechte Earnings veröffentlicht, du hast es eventuell mitbekommen, mit Sicherheit sogar, denn es gab bis jetzt noch kein Unternehmen in der Geschichte, welches innerhalb eines Börsentages eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden US-Dollar eingebüßt hat und in Folge dessen haben sich einige sehr, sehr saubere technische Level auch schon in der Vorbörse, der Nachbörse schon beim Earnings Release und der sehr schwachen Guidance herauskristallisiert und ich habe in diesem Zusammenhang dann festgestellt, auch bedingt durch den Umstand, dass ich an besagtem Tag tatsächlich nicht die Zeit gehabt hätte, den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen, sondern wirklich nur das Zeitfenster rund um die Markteröffnung zur Verfügung hatte, habe dann eben festgestellt, dass das eigentlich das perfekte Umfeld ist, in welchem ich dann entsprechend einen sogenannten Opening Drive würde handeln können, ausgehend vom Tape und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich das jetzt schon hier live handele, dann für mich, für mein Konto, dann könnte ich an der Stelle einfach auch den Bildschirm aufzeichnen, das Tape mitlaufen lassen an dieser Stelle und dich dann im Grunde genommen live real hier die Action eben nachvollziehen lassen und ja, das ist ein ganz feines Video in diesem Zusammenhang entstanden, ich habe das in diesem Zusammenhang genau in die Slide gepackt, wo du normalerweise gewohnt bist, dass wir durch den Chart gehen, wo ich dann normalerweise mit Pfeilen arbeite, zeige, was ich in diesem jeweiligen Bereich gemacht habe und darum soll es im Folgenden gehen, dass wir anhand eben dieses sehr, sehr schwachen Earnings Releases von Facebook, diesem Dropdown auf der Unterseite, dann ausgehend eben von der Eröffnung ein Tape Read vorgenommen haben, also das Tape analysiert haben und ausgehend davon eben entsprechender Trade abgesetzt haben. Ich hoffe, dass dein Trading davon profitieren wird können, dass du einen Einblick mal in die tiefsten Tiefen des Orderbuch, des Tape Readings eben durch dieses Video erhältst und für dein Trading daraus einen Mehrwert wirst ziehen können. Bevor wir an dieser Stelle beginnen wollen, zunächst einmal ein Blick hier auf die Strategie. die diesem Play zugrunde liegt. Es bedarf tatsächlich, wie erwartet, einer heißen Aktie, eines heißen Titels. An dieser Stelle würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, es ist nicht klassisch heiß, sondern es ist mega heiß. Das, glaube ich, trifft es dann an dieser Stelle am besten. Mega heiß bedeutet an dieser Stelle, dass wir nicht nur 10% des durchschnittlich handelten Volumens der Aktie dann in der Vorbörse umgehen sehen, sondern dass wir an dieser Stelle wirklich bis zu 50% eben schon Volumen gedreht sehen, was dann auch zeigt, dass wirklich ein Fokus drauf liegt. Das war jetzt auch nicht so überraschend vor dem Hintergrund eben, dass Facebook sicherlich ein Name ist, der jedem irgendwie in irgendeiner Form geläufig ist und dass dann auch entsprechend eben vor allem Retail-Trader das in den entsprechenden Forumen diskutiert haben, aber auch institutionelle Marktteilnehmer potenziell. 80,2% Institutional Ownership. Wir werden gleich in den Trade Fundamentals das noch sehen. Und das ruft natürlich dann durchaus hier die Überlegungen auf den Plan, das in Folge dieser schwachen Guidance und der Frage, die aufkommen dürfte, ist das Wachstum raus aus dem Titel, dass das eben dann entsprechend schon in der Vorbörse für hohe Aktivität eben entsprechend sorgt. Grundsätzlich auf jeden Fall findest du in der Chatbox bzw. in der Description-Box dieses Videos hier nicht nur den Link zu diesem gerade schon erwähnten Orderflow Tape Reading Tutorial, sondern auch den Artikel, den Blogartikel bzw. Link zu diesem Blogartikel zum Thema, wann ist eine Aktie für mich heiß, welche Kriterien müssen dafür erfüllt sein. In diesem Zusammenhang hier, Quartalsergebnis überrascht deutlich positiv oder negativ, das ist aus dem Punkt Earnings Play. Wir können auch grundsätzlich jeden Fundamental Game Changer hier in diesem Zusammenhang heranziehen. Das könnte sein im Fall eines Biotech-Unternehmens zum Beispiel, dass dort in irgendeiner Form, zum Beispiel wenn es jetzt auf der Unterseite dann Action gibt, irgendwie eine Phase-2-Studie abgebrochen wird oder dergleichen. Die Aktie mit Vorschluss, wenn in diese Studie reingegangen ist und dann eben sich jetzt herauskostellisiert, dass das jeweilige Medikament nicht funktioniert. Im Falle von Facebook war es eben der Earnings Release und das hat deutlich in dem Fall negativ überrascht. Das gleiche gilt natürlich auch auf der Oberseite entsprechend zu adaptieren, aber nichtsdestotrotz, es sorgt eben dafür, dass sich vielleicht fundamental das Bild für das Unternehmen eintrübt bzw. ändert und dass dann in diesem Zusammenhang natürlich ein entsprechendes Gap auf den Weg gebracht wird. Größer, möglichst 5%. An der Stelle war es sogar größer als 20%. Dann haben wir eine sehr starke Reaktion bereits in der Nachbörse natürlich auf den Earnings Release bzw. auch dann in der Vorbörse. Was ich gerne sehen möchte in dem Zusammenhang ist, dass wir ein Tief ausbilden, im Falle jetzt eines bärischen Plays, ein Tief ausbilden auf den News Release, also auf den Quartalsbericht in dem Fall und dass wir dann unterhalb dieses Tiefs entsprechend uns positionieren oder und oder und in dem Fall ist es der oder Fall, dass wir diesen Pop auf der Unterseite oder diesen diesen Flasch dann in den Bereich eines technisch relevanten Levels eben zu sehen bekommen und dass wir dann ausgehend eben von einem heranhandeln, herantasten an dieses Level unter hohem Volumen in der Vorbörse, dass wir dann für den jeweiligen Handeltag eben versuchen uns hier mit dem Opening Drive dahingehend zu positionieren, dass wir sagen, mit einem Bruch bin ich jetzt hier short und riskiere knapp oberhalb dieses in Anführungsstrichen Ausbruchlevels tatsächlich. Das ist also etwas, was ich gerne in diesem Zusammenhang noch erfüllt sehen möchte. Ist in dem Fall tatsächlich der Fall gewesen, wir werden es ja gleich sehen, das ist die 244, um es ganz konkret mit einer Nummer bzw. mit einem Kursniveau eben zu unterlegen und dann kommt eben die Komponente Tape ins Spiel. Was wir sehen möchten in diesem Fall für einen sogenannten Opening Drive Play, wir möchten sehen, dass es eine deutliche Beschleunigung des Tapes in Richtung unserer Trade-Hypothese gibt bzw. in Richtung des fundamentalen Treibers. Also das bedeutet an der Stelle, dass wir zwar leichte Upticks vielleicht zu sehen bekommen, da kommen Käufer rein, aber dass diese Upticks relativ verhalten auftreten, nicht so wirklich Dynamik auf den Weg bringen und sobald Verkäufer auf den Plan treten, kommt eine ganz deutliche Beschleunigung in dem Moment des Tapes dann in dem Fall auf der Unterseite zustande. Und ergänzend dazu habe ich auch hier die Times in Sales, wirst du gleich in dem Screenshot eben sehen. Und in der Times in Sales wird dann zum Beispiel absehbar sein, dass wir sehr, sehr viele Prints, so man sagt dann, auf der Geldseite sehen in dem Fall. Also das bedeutet etwas anders, es sind diejenigen, welche kaufen wollen zu einem jeweiligen Niveau, die sich auf der Geldseite ja entsprechend dann finden. Und dann gibt es viele Verkäufer, die einfach den Bit hitten, sagt man. Also das heißt, die laden im Grunde genommen alles ab auf diese Geldseite, was irgendwie verfügbar ist. Und was man dann in diesem Zusammenhang zu sehen bekommt, ist, dass diese Geldseite zwar zunächst gehalten wird, korrespondiert mit dem jeweiligen Kursniveau. In dem Fall, wir werden gleich ein konkretes Level hier sehen, wo das sehr deutlich wird. 240 ist das zum Beispiel. Und dann siehst du in diesem Moment, dass der zwar zunächst gehalten werden kann, aber dann kommt es zu sogenannten Decrement. Also das bedeutet etwas anders. Die Geldseiten, die stehen da zwar und sagen, gib mir alles zu 240, ich kaufe, 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 aber die werden immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und irgendwann ist der gesamte Angebotsdruck, der sich von oben erschüttert, beziehungsweise auf diese abgeladen wird, ist der komplett absorbiert. Und irgendwann ist keiner mehr da, der dazu kaufen will. Und dann gibt es eben einen entsprechenden Flasch in dem Moment, so einen richtigen Auswischmoment, so in dem Moment, wo wir dann nach unten eben wegbrechen. Das ist zudem etwas, was wir sehen wollen. Und in diesem Zusammenhang der Trade, worauf er abzielt, ist eben, dass wir uns eben in Richtung des Gaps positionieren, also in Richtung des Katalysators logischerweise mit dem vorherrschenden Vorteil. Und der Trade arbeitet nicht mehr in dem klassischen vorgefertigten Chancen-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise mit klaren Take-Profit-Leveln, auch wenn ich in dem Fall eins in den Markt lege, in diesem Fall ab, eine ATR war es, in diesem Fall tatsächlich von der Eröffnung, sondern was wir vor allem hier machen wollen, ist, dass wir wirklich, man sagt im Englischsprachigen, glued to the screen sind. Also das heißt, wir sitzen wirklich davor und wir arbeiten an der Stelle entweder mit einem schnellen Mausfinger oder wir arbeiten an der Stelle mit sogenannten Hotkeys und versuchen dann bei einem sogenannten Change in Character im Tape, also zum Beispiel, wir sehen eine deutliche Beschleunigung, wir sehen zum Beispiel, dass ein, ja wie soll ich sagen, also nehmen wir das 2,40er Beispiel einfach, wir sehen, dass diese 2,40er, die werden immer wieder und immer wieder und immer wieder bedient und dann brechen wir dieses Niveau, sehen einen deutlichen Flush und dann kommt genau so eine Situation zustande bei zum Beispiel 2,38 nochmal zustande, unser Ziel liegt bei 2,35 zum Beispiel und dann sehen wir, da kommen wieder viele Käufer in den Markt, aber die gehen nicht aus dem Weg, da kommt der sogenannte Re-Stack, also das heißt, da stehen zwar welche, die zu diesem Niveau kaufen und es decrementet, also das heißt, die werden kleiner, das siehst du im Tape, aber dann gibt es einen kurzen Pop drunter und sofort wieder ein Re-Bit drüber und dann stehen wieder wieder bei 2,38 und genau aus diesem Umstand sehen wir dann, besonders wenn sich das über einen längeren Zeitraum erstreckt als zu dem Zeitpunkt auf der 2,40, also das ist auch eine Gefühlssache, beziehungsweise du musst da wirklich auf das Tape achten und du musst das dann entsprechend einordnen, wie lange das dauert, das ist dann zum Beispiel ein Change, dann siehst du einfach, okay, es sieht jetzt danach aus, als wenn eine Gegenbewegung, besonders wenn wir relativ extensiert sind auf der Unterseite, dass die jetzt anstehen könnte und das sorgt dann dafür, durch die Veränderung im Charakter des Tapes, sorgt dann eben dafür, dass wir in dem Fall unseren Trade eben manuell rausnehmen, dann eben in dem Fall beispielsweise 2,38, je nachdem wie schnell du da rauskommst, 2,38, 30, aber grundsätzlich ist das so die Idee, die dahinter steht, damit du verstehst, wie das mit dem Take Profit läuft. Bevor wir uns halt dem Tape jetzt widmen wollen, allerdings zunächst einmal ein Blick auf das übergeordnete Bild und eine Einordnung, in welchem Marktumfeld wir uns bewegen. Deshalb ist es nicht nur jetzt ein schwacher Earnings Release, sondern an der Stelle auch das übergeordnete Bild ist speziell. Wir haben auf der linken Seite wie gewohnt den Spyder, den SPY, den ETF auf den Mini S&P Future, auf der rechten Seite haben wir die Qs, das ist der Nasdaq 100, der Technologie Sektor, Querstrich der ETF auf den Nasdaq 100, also Technologie ETF. In dem Fall ist es so, wir haben jetzt jüngst eine starke Korrektur gesehen, also wir kamen über den Monat Januar mit Abgabedruck eben tatsächlich rein und dann haben wir kurzfristig eine scharfe Gegenbewegung gesehen und du erinnerst dich daran, vor zwei Wochen dürfte es gewesen sein, hast du in diesem Kanal hier ein Tutorial von mir eingespielt gesehen zu einem Earnings Play zu Apple. Dazu habe ich auch einen Trade gemacht und da ist ein Tutorial entstanden und Apple ist eben ein Marketplay gewesen und anschließend an dieses Marketplay ist es so gewesen, dass wir am darauf folgenden Montag, hatte ich das jedenfalls im Morning Meeting so thematisiert, ich hatte gesagt, wenn Apple hier die 170 halten kann, dann könnte das der Beginn einer recht tiefen Korrekturbewegung sein und das war tatsächlich der Fall an diesem Montag dann in diesem Fall, der hier diese Gegenbewegung initiiert hat, im Spyder, beziehungsweise auch hier kannst du es auf der rechten Seite in den Qs sehen. Und diese war dann tatsächlich so überdehnt, dass wir in den Qs am besagten Tag vier Prozent plus Aufschläge zu sehen bekommen haben. Die konnten wir auch größtenteils verteidigen. Das hatte dann, gab es Gerüchte, die wurden gestreut, dann hieß es auf einmal auch seitens des Weißen Hauses, naja, am Ende der Woche werden Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht, die sind eventuell nicht so gut. Das wiederum hat dann wiederum Spekulationen auf den Weg gebracht. Kann die Fed jetzt wirklich den Zins fünfmal in diesem Jahr bis Dezember 2022 anheben oder ist das eventuell doch ein bisschen sehr stark aggressiv eingepreist, hat den Tech-Bereich eben auch entsprechend bullisch getrieben. Und das Gesamtbild, das stellte sich dann auf der Oberseite in dieser Korrektur, in diesem sogenannten Bounce, recht überdehnt wiederum dar. Stellte sich wieder die Frage, vielleicht sehen wir jetzt so ein Rollover an dieser Stelle. Und dann in dem Fall war es tatsächlich so, zwar hat am Dienstagabend noch Google sehr starke Zahlen veröffentlicht, aber am Mittwoch nachbörslich mit Facebook war die Party in Anführungsstrichen vorbei. Die haben dann ganz schwache Zahlen gebracht und das hat dann eben tatsächlich den breiten Markt auch erschüttert, hat viele auch Social-Media-Unternehmen, Snap zum Beispiel in diesem Zusammenhang sehr genannt oder auch Pinterest, hat ebenfalls eben Abgabedruck nach sich gezogen. Und genau da haben wir jetzt so ein Reinforcement. Also genauso wie Apple ein Marketplay war, welches den Markt potenziell nach oben ziehen kann, ist Facebook in dem Moment ein Play, welches vielleicht eine Initialzündung für andere Tech-Titel liefert, eher Abgabedruck zu sehen, besonders in diesem stark korrigierten, überdehnten Umfeld und dass dadurch eben dann Schwäche mindestens zur Markteröffnung reinkommt. Warum ich das so detailliert zum Thema mache? Da muss möglichst alles passen bei solch einem Opening-Drive-Play. Und in dem Fall ist es eben so, dass ich dann auch gerne sehen möchte, auch wenn sich das übergeordnete Bild beginnt so ein bisschen aufzuhellen, aber ich will sehen, dass der übergeordnete Markt mitspielt und dass da vielleicht auch nochmal zusätzlichen bärischer Katalysator sich findet oder einen Korrektur-Katalysator, wie auch immer, der dann entsprechend eben die Aktie nochmal zusätzlich belastet, relativ schwach sowieso schon sich präsentiert und nochmal zusätzliches bärisches Momentum eben initiiert. Nichtsdestotrotz, wir sind aktuell so ein bisschen in neutralen Gefilde vorgestoßen. Wie gesagt, das wäre hauptsächlich eine technische Reaktion. Wir sehen in dem Fall zum Beispiel einen Volatilitätsindex, den WIX, der ist bei weniger 25 Punkten. Also da kommt die Nervosität schon langsam zum Erliegen nach dem jüngsten Ausverkauf. Dann schauen wir uns die Trade Fundamentals für Facebook an. FB ist das Tickersymbol. Meta Platforms hat jüngst ja ein Rebranding gesehen oder eine Umbenennung des des Firmennamens von Facebook jetzt zu Meta. Die Meta Platforms ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehören unter anderem die sozialen Netzwerke, Facebook oder auch Instagram, die Instant-Messenger-Apps, WhatsApp und Messenger, beziehungsweise auch Oculus. Und dann ist das ein Hersteller auch von Virtual Reality Software oder Technologie an der Stelle. CEO der Firma Mark Zuckerberg. Ich denke, man muss nicht viel über Facebook erzählen. Jeder wird eventuell sogar noch einen Facebook-Account irgendwie haben oder auch nicht. Vielleicht hat auch jemand schon für sich entschieden, ich verabschiede mich von der Plattform. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, Stichwort Guidance. Da kommen wir nämlich jetzt zum Impulsgeber. Es waren schwache Earnings und es war ganz besonders auch eine schwache Guidance, die als erste Reaktion auch meinerseits noch ein bisschen nach sich gezogen hat. Ich habe mir gleich die Frage gestellt, war es das mit dem Wachstum jetzt? Ist das Geschäftsmodell, läuft es sich tot? Also ich hatte schon vor jüngerer Zeit mal, auch in einem Morning-Meeting, hatte ich mal gesagt, irgendwie gefühlt, glaube ich, ist Facebook, die Zeit von Facebook so vorbei. Also sprich, gefühlt persönlich für mich, aber auch aus meinem persönlichen Umfeld, verabschieden sich mehr und mehr Menschen von der Plattform. Das hat diverse Gründe tatsächlich. Also das fing ja eigentlich schon an mit Cambridge Analytica 2016 mit dem Auslesen von Daten, die dann irgendwie genutzt worden sein sollen, um zum Beispiel bestimmte Ads oder beziehungsweise bestimmte Banner auf Facebook zu zeigen, die zum Beispiel zum Wahlerfolg von Donald Trump beigetragen haben. Da kommen die Leute, sagen, ich möchte nicht ausspioniert werden, ich möchte hier nicht ausgespäht werden und dergleichen. Was passiert hier eigentlich mit meinen Daten? Dann irgendwelche Hacker-Attacken beispielsweise. Jüngst kam es hier zu Entwicklungen dahingehend, dass zum Beispiel eine Whistleblowerin sich geäußert hatte und dort Geschäftspraktiken dann vor dem US-Kongress im Grunde genommen aus dem Nähklässchen plauderte. Wir haben in diesem Zusammenhang einige US-Unternehmen gesehen, beziehungsweise nicht ein US-Unternehmen, aber auf die beziehe ich jetzt mal hauptsächlich, die infolge dieses schweren Managements, das Thema Hate Speech zum Beispiel, auf Facebook gesagt haben, ich möchte ungern mein Logo hier neben irgendwelchen rassistischen Kommentaren oder dergleichen haben. Also entweder Facebook kriegt das in den Griff oder ich werde mich hier einfach mal anderweitig umschauen und werde meine Marketing-Budgets eben irgendwie Anwendung finden lassen. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, hat jetzt Facebook schon jüngst Abschläge gesehen. Demnach war es jetzt wenig überraschend, finde ich, dass der Umsatz zum einen wie erwartet reinkam, 33,67 Milliarden gegen 33,43 Milliarden. Der Gewinn pro Aktie unter der Erwartung blieb an dieser Stelle mit 3,67 Dollar gegen 3,84, Verzeihung, erwartet, beziehungsweise, dass dann auch die Guidance eher nach unten angepasst worden ist. Die Guidance, also das, was man für das erste Quartal erwartet, wurde ausgegeben von Facebook zwischen 27 bis 29 Milliarden US-Dollar gegen 30,25 Milliarden erwartet. Und das Interessante war jetzt, dass Facebook eben darauf verwies und das war das, was mich auch ein bisschen zum Schmunzeln brachte, ehrlich gesagt. Facebook verwies jetzt darauf, naja, man versteht das jetzt so, die Marketing-Budgets werden eben zusammengekürzt seitens der Unternehmen durch die Supply-Chain-Issues, die wir zu sehen bekommen haben, Inflationsdruck, der sich aufbaut oder schrumpfende Gewinnmargen in dem Zusammenhang. Naja, und dann hast du ja nicht wirklich mehr in diesem Zusammenhang eigentlich, wie soll man sagen, Marketing-Budget zur Verfügung oder weniger und zerstreichst dann eben an diesen Stellen beispielsweise die Ads auf Facebook, die geschaltet werden. Das, was dem allerdings so ein bisschen entgegensteht und das hat mich dann auch zum Schmunzeln bewegt, war einfach der Umstand, wenn du dir zum Beispiel Google noch am Vortag anschaust, die haben auch Ads, die sie schalten und machen dort einen sehr, sehr großen Reibach in Anführungsstrichen, die haben das irgendwie nicht zu spüren bekommen. Und deswegen scheint das dann doch etwas tiefer liegende Probleme zu geben an der Stelle, die dann eben zu diesem Gap von minus 22,94% eben zum Vortageschluss eben beigetragen haben. Grundsätzlich gehen 20,53 Millionen Aktien im Schnitt um in der Aktie und in der Vorbörse wurden 9,2 Millionen bereits gehandelt. Das ist deswegen erwähnenswert, weil das eben genau dieser mega heiße Charakter ist, von dem ich gerade initial sprach. ATR 22, also die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktie in den letzten 22 Handelstagen, 10,92 Dollar. Short Interest bis dato 1,03%. Institutional Ownership, wichtiger Aspekt, 80,2%, ausgehend gerade von dem, was ich sagte. Also das ist ein Aspekt, den will ich wissen. Ich will wissen, wie viele Instis haben jetzt eventuell hier die Aussicht, okay, wir müssen unsere Aktien loswerden und tragen eben gleich vom Opening weg zum Abgabedruckbrei. Es gehen ausreichend Stücke um, also eigentlich ist Liquidität kein Problem, aber das betrifft eben den hauptbörslichen Teil, also zwischen 15.30 und 22 Uhr, nicht die Vor-, nicht die Nachbörse. Wir hatten zum Beispiel im Morning Meeting am besagten Tag, als ich dieses Play gespielt habe, hatten wir eine Million Stücke schon umgehen sehen, schon zwischen 10, 11 Uhr ungefähr, so in dem Dreh, was schon erstaunlich viel ist, denn wir müssen uns immer vor Augen führen. Das Hauptfenster des institutionellen Handels beginnt sich zu öffnen ab 14 Uhr. Und was da schon in der Vorbörse in der Million umgegangen ist, zeigt schon deutlich die auch Hotness in Anführungsstrichen der Aktie. Was jetzt allerdings dann wichtig ist, ist natürlich zu verstehen, Institutionelle, die haben an dieser Stelle jetzt nicht das Umfeld, was sie benötigen, um die großen Aktienpakete, die sie im Portfolio haben, abzustoßen in der Vor- oder Nachbörse. Sie können da zwar drauf zugreifen, aber sie gehen natürlich das Risiko eine massive Verwerfung in der jeweiligen Aktie nochmal auf den Weg zu bringen, weil keine Liquidität verfügbar ist, also keine Liquidität in Relation zu der Größe ihrer zu verkaufenden Aktienpakete. Die müssen also warten, bis richtig Volumen reinkommt in den Markt und das ist ab 15.30 Uhr der Fall. Wenn du jetzt entsprechende Risikoparameter vorfindest zum Beispiel und dann an dieser Stelle dir die Earnings anschaust und sagst, ich muss die Aktie jetzt irgendwie loswerden, koste es, was es wolle, dann drückst du den Verkaufsknopf und genau dadurch finden wir unseren Trigger, ausgehend vom Opening Drive, den wir nutzen wollen, um uns entsprechend zu positionieren. Deswegen sind das sehr, sehr wichtige, sehr, sehr detailliert auch zu betrachtende Aspekte, die im Hinblick auf eben die Erfolgsquote des Opening Drive Plays eben eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Hier sind einmal die Trade Fundamentals bzw. meine Checkliste, also schwache Earnings und massives Gap Down. In dem Fall massives Gap Up wäre das Alternativ, Pendant auf der Oberseite. Das ist erfüllt gewesen. Wir haben ein durchschnittliches Handelsvolumen, was über einer Million Aktie liegt. Solche Opening Drive Plays kann man natürlich auch in Low Float Stocks spielen. Die bedürfen aber auch ein entsprechendes Skill Levels, sag ich mal, um das dann eben profitabel umzusetzen. Das Gap groß genug, auf jeden Fall, plus minus drei Prozent habe ich hier. Wie gesagt, sie sollten eher fünf Prozent und größer sein bzw. kleiner. Also kleiner im Sinne von minus fünf Prozent und kleiner. Und ja, minus 22,94 Prozent. ATR 10,92 Dollar, definitiv größer 1 Dollar. Und dann gibt es eine klare Beschleunigung des Tapes Prints zum Bid, wie wir es gleich sehen werden. Das ergibt sich dann aus der jeweiligen Price Action. Und es gibt auch ein technisches Wirtel Level. Das werden wir auch gleich noch sehen in diesem Zusammenhang. So, hier schauen wir uns jetzt mal die Technik an, das übergeordnete Bild. FB topisch seit September 2021. Das kannst du hier ganz deutlich erkennen. Die Aktie fängt an, hier eine topische Struktur auszubilden. Der letzte Earnings Release, da kamen wir schon relativ scharf rein in diesen Earnings Release. Der hat dann enttäuscht, aber wir haben dennoch eine Korrekturbewegung gesehen. Haben dann hier so eine Range begonnen auszubilden und jetzt kam eben dieses massive Gap down. Also hier unten eröffneten wir dann in diesem Bereich. Und du erkennst auch da, tatsächlich kannst du sehen, dass das der Bereich ist aus den Januar, beziehungsweise eigentlich September-Januar-Tiefs. Januar 21, beziehungsweise September 20, das sind diese zwei rotfarbenen Ellipsen. Das ist der Bereich um 2,44, in dem wir hier vorgestoßen sind. Und knapp oberhalb dessen, wir uns haben eben in der Vorbörse stabilisieren können, beziehungsweise wo das, ich nenne es mal das Spike-Tief, das Übertreibungstief lag, als der Earnings Release veröffentlicht worden ist in der Nachbörse. Und ja, nur mehr, wie gesagt, also eigentlich gibt es da nicht besonders viel zu sagen, außer dass wir eine klartopische Tendenz haben. Wir haben schon häufiger jetzt in der jungen Vergangenheit von einigen Wachstumstiteln, beziehungsweise Social-Media-Companies, beziehungsweise einigen Unternehmen, die viele Vorschlussläufe gesehen haben, haben wir sehr, sehr schwache Earnings Releases gesehen. Im Falle von Facebook ist das natürlich jetzt ein bisschen anders einzuordnen, weil das ist ein bereits etabliertes Unternehmen, anders als Beispiel, also etabliert im Sinne von marktkapitalisierungstechnisch beziehungsweise im Fangman-Bereich etabliertes Unternehmen. Das ist anders als beispielsweise eine Roku oder eine Peloton oder eine DocuSign. Aber nichtsdestotrotz, die Enttäuschungen häufen sich und die Gaps in dieser Größenordnung, die treten häufiger auf. Und ausgehend hiervon haben wir dann eben auch jetzt zum Beispiel zu sehen bekommen, dass diese Unternehmen dann weiter Abwärtsdynamik gesehen haben. Also da ist auch ein Muster erkennbar, dass sich dann dieser Abgabedruck weiter noch beschleunigt. Wenn dann zusätzlich noch dieser institutionelle Ownership-Aspekt kommt mit 80% und mehr, die institutionelle Marktteilnehmer einfach mal die Aktie erhalten, die verkaufen müssen, dann hast du einfach eine Gesamtkonstellation, die einfach nicht nur für den einen Tag, sondern eventuell auch noch für die darauffolgenden Tage in Facebook weiteren Abgabedruck eben auf den Weg bringt. Was uns zum Beispiel schon dann jetzt auch eine Idee formulieren lässt, okay, es wird wahrscheinlich sogar ein Second-Day-Play geben, welches sich da vielleicht anbietet. Aber zunächst einmal, wie gesagt, wollen wir es im Opening Drive finden. Dann der Gameplan. Also die von mir Intraday identifizierten Level sind 250 gewesen, 244, 235. Auf der Oberseite der R1 ist die 262 gewesen. Eigentlich unerheblich, weil ich an dieser Stelle hier keinen Pop shorten wollen würde, ausgehend vom Tape, sondern Opening Drive Play verstehe ich dahingehend, dass ich gleich von der Eröffnung den Abgabedruck sehe und nicht erst irgendwie einen kurzen Pop, einen Drive auf der Oberseite und dann ein Überrollen. Ist auch möglich, ist eine Adaption eventuell, vielleicht CAV-technisch nochmal attraktiver, aber ich möchte an der Stelle wirklich den direkten Drive von der Eröffnung sehen. Und hier sind es zwei Szenarien, für mich gab es tatsächlich nur eins. Also der Pop zur Eröffnung, das zweite Szenario hier, das können wir im Grunde genommen runterfallen lassen, das wäre ein Szenario gewesen, dafür hätte ich vor dem Desk sitzen müssen, hätte ich am Rechner sitzen müssen, sofern sich das überhaupt so ergibt. Das hätte dann vielleicht einen Intraday Swing gegeben oder dergleichen, so wie man die Earnings auch anders spielen kann. In dem Fall war wirklich mein Hauptszenario, das erste Szenario, auf das ich mich an diesem Handelstag auch konzentriert habe und das beinhaltete die 244. Wenn Drop drunter und hält, dann möchte ich Short sein, Ziel 235. Das habe ich abhängig gemacht hier von einem ATR-Move in die Eröffnung, weil wir sehen schon einen Gap von minus 22,9 oder 23 Prozent. Und dann gehe ich davon aus, wenn wir einen Flasch in die Eröffnung sehen, dann gehe ich davon aus, dass wir uns eine ATR, so roundabout ungefähr, bewegen dürften. Und so komme ich dann ungefähr auf die Zielregion um 2,35. Stop liegt dann bei maximal 20 Prozent ATR. Ehrlich gesagt war mein Stop wesentlich enger, denn ich weiß ja sofort, wann ich falsch bin. Nämlich dann, wenn die 44 zwar kurzen Drop, aber sofort zurückerobert wird und wir uns oberhalb halten können. Das ist kein Breakout, der stattfindet und folglich möchte ich dann an dieser Stelle eben die Position geben und das nicht erst 2 Dollar später eben tatsächlich tun. Und so war mein Stop tatsächlich initial, das kann ich an der Stelle schon sagen, 55 Cent. Du wirst den Stop aber gleich zunächst initial jedenfalls nicht in dem Trade sehen. Den habe ich erst danach gelegt bzw. dann den schon auf Break-Even getrailt zu diesem Zeitpunkt. Das sind ja 55 Cent, die waren im Endeffekt eigentlich ein mentaler Stop. Also das ist eigentlich eher unüblich für mich. Ich arbeite normalerweise ganz konsequent mit Hardstops, aber das Umfeld ist so schnell, dass ich so schnell gar nicht die Orders eingegeben bekomme an dieser Stelle und deswegen eben über die Hotkey-Lösung dann entsprechend manuell agieren würde. Und das Besondere jetzt im Falle dieses Opening Drive Plays war, das ist der Link hier zur Discord-Community. An der Stelle, den findest du unterhalb dieses Videos. Das ist ein Screenshot, den ich dort ausgeschnitten habe. Ich habe dieses Play genauestens vorher skizziert. Ich hatte das im Morning Meeting schon zum Thema gemacht. Ich hatte das dann tatsächlich, das werden wir auch gleich in der Nachbetrachtung noch sehen, ich hatte das zum Beispiel visualisiert. Ich habe vorher eine halbe Stunde, dreiviertelstunde vor der Markteröffnung den Meditationen durchlaufen. Ich habe das visualisiert genau. Ich wusste ganz genau, was ich sehen möchte. Und das ist mir auch extrem wichtig. Das ist für mich essentiell wichtig tatsächlich, weil ich an der Stelle weiß, wie ich ticke oder wer ich bin. Und das ist ganz wichtig. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Das sollte das sein, was du auf jeden Fall aus diesem Tutorial mitnimmst. Du solltest dich selber kennen. Du solltest wissen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und wann spielst du deine Stärken am besten aus. In solch einem Fall, in solch einem schnellen Marktumfeld, in dem wir uns gleich wiederfinden, in dem Fall, wenn ich das handele, muss ich wirklich in meiner Zone sein. Ich muss wirklich voll fokussiert sein, an der Stelle wirklich am Bildschirm kleben. Ich muss mich hundertprozentig wohlfühlen. Es muss alles passen. Ich muss vorher genauestens abgesteckt haben, wie entere ich jetzt den Trade. Das gilt ganz besonders im Hinblick eben auch auf die Hotkey-Lösung, in dem Fall beispielsweise, Stichwort Stop-Management und so weiter. Also das sind alles Aspekte, die müssen dann sich perfekt ergeben für solch ein Play. Und in dem Fall weiß ich das einfach, wenn ich so schnell agiere. Ich weiß, dass ich das kann, ja, aber ich brauche ein perfektes Umfeld. Und das beinhaltet an der Stelle eben die Visualisierung vorher, meditative Schritte, die ich einleite, beziehungsweise auch das genauste Dokumentieren, das Runterschreiben, was ich auch bei anderen Plays mache, aber in dem Fall nochmal ein bisschen konkreter vielleicht im Hinblick eben dann auch auf den Gameplan. Den habe ich dann auch nochmal zur Verfügung gestellt in der Discord-Community und, ja, du kannst ihn ja nochmal in der Nachbetrachtung einfach anschauen. Hast dann nochmal, glaube ich, eine ganz gute Idee, wie sich das dann darstellt. Da gehe ich nochmal Schritt Punkt, 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 Punkt für Punkt, gehe ich das entsprechend durch, was ich sehen wollen möchte. Und, ja, dann in der nächsten Slide, in der nächsten Slide siehst du dann hier tatsächlich schon entsprechend eben das Tape. Und was wir jetzt machen werden, ich habe das hier eingezeichnet, was wir jetzt machen werden, ich werde das einfach auf Play drücken. Ich will dich ganz kurz vielleicht einführen, was du jetzt hier siehst. Du siehst hier unten, siehst du erstmal Level 2, beziehungsweise dann das Tape. Du siehst hier auf der linken Seite siehst du den Bit, das sind die Leute, die kaufen wollen. Also hier hast du die jeweilige Börse, dann hast du hier den entsprechenden Preis und dann hast du hier die jeweilige Size, ja, auf der rechten Seite. Und dann hast du auf der linken Seite, Entschuldigung, auf der rechten Seite hast du den Ask, die Briefseite, auch hier nochmal die Börse, dann siehst du hier den Preis, dann siehst du hier ebenfalls die Size. Das hier ist die Times and Sales. Da siehst du immer punktgenau jeweils für den letzten Tick, wo entsprechend ein Umsatz stattgefunden hat, zu welchem Preis. Siehst du hier an dieser Stelle auch die entsprechend auf dem Level gehandelten Stücke zum Zeitpunkt auf dem jeweiligen Niveau. Das hier oben ist vernachlässigbar und das ist einfach nur mein Quotescreen in Anführungsstrichen. Da siehst du hier SpyderQs EWM, das ist der Russell 2000 Beispielspreise. Und hier oben ist dann entsprechend der Chart, das ist auf Minutenbasis. Sieht ganz schön aufgeräumt aus und du wirst dich vielleicht auch gleich wundern, wie ich zum Beispiel das Stop-Management gemacht habe. Du wirst nämlich feststellen, dass ich hier an dieser Stelle gar nicht wirklich mit der Maus irgendwie agiere oder dergleichen. Das hat damit zu tun, dass läuft hier in einem Bildschirm direkt straight vor mir, wenn es dann stattfindet. Und dann habe ich nochmal einen zweiten Monitor direkt daneben stehen, wo ich entsprechend Trading View mit dem Chart offen habe, wo ich dann beispielsweise ablesen kann, auf welches Niveau ziehe ich meinen Stop nach. Den Stop, den ich gleich trailen werde, also das wirst du dann auch sehen, das geht ungefähr acht Minuten, dieses Video. Ich werde dich da durchführen natürlich. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was dazu sagen, logischerweise. Ich lasse mich einfach laufen. Aber es wird dann so sein, dass du an dieser Stelle zum Beispiel erkennen wirst, dass ich den Stop beginne, hier zu trailen. Das hat damit zu tun, dass ich an dieser Stelle mit dem EMA 9 arbeite, auf Ein-Minuten-Basis. Das ist dieser Momentum-Skyping-Ansatz. Ich hatte auch mal was zu gleitenden Durchschnitten gemacht und den nutze ich dann in diesem Zusammenhang sehr gerne, sobald sich eine Überdehnung eben darstellt. Das hatten wir auch im Hinblick beispielsweise auf den Apple-Trade zum Thema gemacht. An der Stelle versuche ich auf diesem Weg einfach schon einen Teil meiner Gewinne entsprechend zu trailen. Die ersten Minuten, du siehst hier, das fängt an ungefähr zehn Sekunden bevor 15.30 Uhr ist. Ich habe den schon eine Minute bevor laufen lassen, habe es jetzt aber so geschnitten, dass du an der Stelle eben gleich dann auch schon eine deutliche Beschleunigung eben tatsächlich wirst sehen können. Und jetzt klicke ich einfach mal entsprechend hier drauf und dann lasse ich das mal entsprechend loslaufen. Jetzt wirst du entsprechend eben sehen, besonders eben jetzt in den nächsten Sekunden fängt sich hier an die Times in Sales sehr, sehr deutlich zu beschleunigen, weil 15.30 Uhr ist. Dann kommt eben entsprechend die Wall Street rein. Und jetzt siehst du eine deutliche, deutliche Beschleunigung. Zu diesem Zeitpunkt passiert hier noch nichts. Also wir kommen rein um 2,44. Das ist das Schlüsselniveau. Das weiß ich vorher. Ja, also ich gucke da jetzt nicht auf das Tape und sehe irgendwas, was du nicht siehst. Das weiß ich vorher, dass die 2,44 relevant ist. Und dann kommen wir hier initial rein und dann droppen wir die 2,44. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht positioniert. Also du wirst jetzt hier gleich erkennen, wenn ich den Trade abdrücke, dann siehst du hier eine blaue Unterlegung. Ja, die taucht dann eben tatsächlich hier entsprechend auf. Und ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Eile. Ich will jetzt erstmal sehen, wie sich der Markt ergibt. Also kann natürlich sofort straight away vom Opening weg die 2,44 entsprechend eben verkaufen. Aber an dieser Stelle möchte ich wirklich erstmal kurz abwarten, denn es ist häufig so, dass wir nach einem initialen Flash wenigstens nochmal einen Retest eben tatsächlich dann zu sehen bekommen. Jetzt siehst du, die 2,44 ist gebrochen. Wir werden bis 2,43. Hier werden wir verkauft. Und was du jetzt schon erkennen kannst, ist, da kommt Install. Also du erkennst hier schon, dass offensichtlich keine weitere Beschleunigung auf der Unterseite ist. Also sprich anders formuliert, wir sehen jetzt an dieser Stelle Gegenwehr, die sich herauskristallisiert. Also sprich etwas anders formuliert, gegen die 2,43 finden sich erste Käufer. Und da sehen wir dann auch entsprechend, finden wir jetzt nach der ersten Minute, finden wir entsprechend eine erste Stabilisierung. Und jetzt bin ich erstmal fokussiert auf die 2,44 als Retest Level. Das ist jetzt erreicht worden hier. Und jetzt hast du gerade eben gesehen, da ist eine recht große Geldseite, ist da tatsächlich reingekommen. Guck mal ganz kurz, da siehst du die 10.000. Kannst du die sehen? Einen Moment. Guck mal jetzt. 2,44, schon ein bisschen zu weit. Einen Moment. Guck mal jetzt, ob ich die jetzt hier zu sehen bekomme. 2,45 ist schon ein bisschen zu weit. Da. Da kannst du sie sehen. Das sind 10.000 Stücke. Also du musst wirklich, und das merkst du auch an der Stelle schon. Also das ist nichts für jedermann. Also einerseits Scalping im Orderbuch findet man super spektakulär. Andererseits wirst du aber auch feststellen, also da musst du der Typ für sein. Wenn du das nicht bist, wenn du nicht weißt, worauf du zu achten hast, dann ist es an dieser Stelle einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich schwierig eben tatsächlich hier solche Nuancen eben tatsächlich zu erkennen. Diese 10.000 Stücke, die hier zum Kauf stehen, du siehst sofort, die verschwinden sofort. Also das heißt, der wird gar nicht gefüllt, sondern wir springen sofort drüber, über dieses Niveau. Und an der Stelle weiß ich, okay, die 2,44 jetzt hier reinzuschorten, das ist noch kein Thema. Jetzt warte ich erst mal ab. Vielleicht gibt es gar keinen Opening Drive Trade zu diesem Zeitpunkt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Trade mache. Wir sehen auch weiter. Eine sehr, sehr starke Gegenbewegung. Jetzt wird es interessant. Jetzt schau mal ganz genau hin. Das Niveau, was wir jetzt hier anlaufen, das ist die 2,46. Da sind wir jetzt reingelaufen. Einmal kurz ein bisschen überschossen an der Stelle bis 2,46, 43. Und jetzt versuchen wir einige Minuten, diese Gegenbewegung von hier 2,42 bis 2,46. War recht schnell, recht zügig. Also das ging jetzt innerhalb von 30 Sekunden tatsächlich. Und jetzt versuchen wir die 2,46 rauszunehmen. Also wir versuchen, es finden sich immer wieder Käufe. Wir bouncen so ein bisschen. 2,46, 2,45, 2,46, 2,46, 2,46, 2,46, 2,46. Passt nicht. Und in dem Moment denke ich mir, okay, wenn wir die 2,46 nach oben nicht rausnehmen können und nochmal 2,44 auf der Unterseite droppen, dann habe ich mein Opening Play. Dann habe ich genau diesen Moment erreicht, wo ich sage, okay, nach oben geht es jetzt erstmal nicht weiter. Und wir sehen jetzt auch schon, also wir schaffen es noch nichtmals mehr so richtig nachzudrücken auch. Also die Geldseiten hier, die brechen. Und jetzt, jetzt sehen wir, jetzt droppen wir die 45 und jetzt nehmen wir die 44 ins Korn. Und jetzt habe ich meinen Trade. Jetzt wirst du gleich sehen, klack, da habe ich den Trade gemacht. Also das heißt, den Film, den du jetzt hier an dieser Stelle siehst, du siehst auch, ich habe noch keinen Stop. Gleich kommt der Stop ins Bild. Du siehst an dieser Stelle, dass ich an diesem Moment, also das Tape Reading, das bezog sich auf die Information, dass wir es nicht geschafft haben, gegen die 2,46 diesen Bereich rauszunehmen. Also das heißt, gegen den sind wir ausgetoppt. Es gab eine sehr scharfe Gegenbewegung von 4 Dollar an dieser Stelle und wir haben es nicht geschafft, diesen Bereich dann rauszunehmen. Und wir topten, wir topten gegen und dann weiß ich, wenn wir jetzt überrollen und wenn wir dann unter die 2,44 droppen, dann bin ich an dieser Stelle eben entsprechend bin ich raus aus dem Trade. Was du jetzt hier siehst, ist, ich habe den Buy Stop da drin. Also nicht, dass du dich irritierst, das ist der Sell. Ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt Short. Deswegen kaufe ich zurück Market in dem Moment, wenn die 2,44 rausgenommen wird. Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit hier, hatte ich den Stop mich schon entschieden, auf die 2,44 nachzuziehen. Das war mein Entry, also 2,43,98 war der Entry. Und ich sage an der Stelle, wenn wir jetzt zurücklaufen, dann will ich sowieso nicht mehr Short sein. Dann war es ein kleiner Versuch, den ich auf den Weg gebracht habe. Aber statt eben, dass wir die 4,44 rausnehmen, sehen wir, beschleunigen wir weiter auf der Unterseite. Und jetzt wird gleich noch was ganz Interessantes passieren. Das wirst du jetzt sehen. Das ist noch relativ unspektakulär. Also das, was jetzt passiert, ist noch keine dramatische Beschleunigung, aber hier war jetzt der erste Moment. Schau mal, wie viele Stücke hier auf der 2,42 gehandelt werden. Ganz kurz, schau mal jetzt ein bisschen zurück. Ja, also wir laufen die 2,42 an. Das ist übrigens auch so ein perfekter Moment, den du jetzt mal hier im Orderbuch siehst, wenn ich davon spreche, runde Level in Tutorials. Dann sage ich zum Beispiel, ich möchte ungerne vor einem runden Level stehen. Das, was hier jetzt steht, was du hier erkennst, und gleich auf der 2,40 wird es noch viel dramatischer sein. Du erkennst an dieser Stelle einfach, dass Marktteilnehmer offensichtlich diese runden Level willens sind, eben zu kaufen oder sich auf diese zu stellen. Du möchtest natürlich jetzt ungerne vor diesem Level mit deinem Stop stehen und der Liquiditätsanbieter für die sein. Und deswegen möchtest du dich knapp unter dieses Niveau stellen. Und was wir jetzt zu sehen bekommen, jetzt schau mal hier, du hast erstmal eine verhältnismäßig schon recht ausgeprägte Geldseite, viele Käufer an dieser Stelle. Also das heißt, hier sehen wir ordentlich Volumen tatsächlich. Und jetzt schau dir mal an, wie die Prints hier reinkommen und auf welchem Level diese Prints stattfinden. 2,42, 2,42, 2,42, 2,42. Was bedeutet das? Das bedeutet genau das, was ich gerade initial sagte. Da kommt kontinuierlich Abgabedruck und die bedienen diese Seite. Da will jemand zu 2,42 kaufen, hier hast du. Will jemand kaufen, hier hast du, hier hast du, hier hast du, hier hast du. Und genau das macht sich in der Times in Sales bemerkbar. Du siehst also, dass die Geldseite das zwar absorbiert, aber wenn der Abgabedruck stark genug ist und irgendwann die Absorption vollständig ist, dann rechnest du logischerweise damit, dass wir weiter Abwärtsdynamik eben tatsächlich sehen. Wenn wir dieses Level jetzt halten können, ist das eventuell für mich ein Grund an der Stelle, davon auszugehen, dass dann dieser Opening Drive Short nicht stattfindet. Aber diese Geduld habe ich an der Stelle, ich beobachte das. Und jetzt wirst du gleich eben feststellen, der absorbiert das komplett und dann geht es einmal in einem kurzen Flasch, plopp, erst mal hier 50 Cent gleich tiefer. Komplett absorbiert, nächster Abgabedruck und dann schieben wir weiter entsprechend auf der Unterseite. Das gleiche Phänomen, das werden wir gleich nochmal wesentlich aggressiver auf der 2,40 sehen. Also ich bin jetzt hier zu diesem Zeitpunkt im Driver Seat. Ich habe den Stopp noch nicht gemanagt, ich habe weiterhin mein Hotkey gesetzt, dem Fall es gibt eine scharfe Gegenbewegung unter der gleichen, vielleicht um einen kleinen Gewinn an der Stelle zu realisieren. Mein Buy Stop hier, beziehungsweise der Stop Loss steht auf der 2,44. Und nun werden wir gleich sehen, jetzt gehen wir in Richtung 41 und das nächste psychologische Level, auch hier siehst du wieder, 41 wird bedient, 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 drop. Auch da zeigt sich, es ist kein Change in Character. Es gibt weiter ganz klaren Abgabedruck, der in eine Richtung zeigt, die Leute wollen ihre Stücke loswerden und die bedienen die Geldseiten und das macht sich eben hier bemerkbar. Und jetzt gleich werden wir das nochmal zu sehen bekommen auf der 2,40. Auch da gibt es kein Change in Character. Wir werden gleich auf der 2,40, auch weil das ein psychologisches Level sehen, werden wir sehen, da kommt, hier kannst du es schon sehen, da kommt richtig, richtig Volumen rein auf dieses Level. Also das ist nochmal substanziell höher als das, was wir auf der 41 oder was wir auf der 42 gesehen haben. Jetzt achte in dem Zusammenhang weniger auf das Volumen hier, sondern gleich hier wieder auf die Prints, die du zu sehen bekommst, wo diese Geldseiten bedient werden. Das heißt also, wir lassen das Ding jetzt laufen und jetzt siehst du, 2,40, 2,40, 2,40, 2,40, 2,40, 2,40, 2,40, 2,40. Wenn das komplett absorbiert ist, jetzt plopp, zack, sofort ein Tick tiefer. Auch hier erneut kein Change in Character. Abgabedruck ist weitergegeben. Also ich sehe an dieser Stelle jetzt, dass ich weiter im Driver's Seat bin. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jetzt stelle ich nämlich fest, dass wir jetzt allerdings so ein bisschen stallen irgendwie. Also irgendwie, es geht nicht durch die 2,39. Da können wir uns beginnen zu stabilisieren. Ich habe jetzt hier mein Beile mit reingelegt und in diesem Bereich habe ich jetzt gerade eben meine erste Teilgewinnbeinahme auf den Weg gebracht. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auf meine erste Hälfte schon das Achtfache meines initialen Risikos verdient. Also ich hatte initial 50 Cent Risiko. 4 Dollar liege ich vorne auf den Trade. Dann nehme ich die erste Hälfte eben mit. Habe schon etwas verdient durch meine bis dato sehr gute Arbeit, die ich da verrichtet habe. Gute Beobachtung. Tatsächlich den Change in Character auch, dass wir die 2,39 nicht sofort droppen. Also du siehst auch hier, es braucht wesentlich länger, bis wir jetzt weiter Dynamik aufnehmen. Von 42 bis 40. Das ging innerhalb von einer Minute. Jetzt haben wir plötzlich so einen Moment. Jetzt kommt die Dynamik so ein bisschen zum Erliegen. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ich nehme jetzt hier einen Teil der Position an dieser Stelle raus. Die andere Hälfte lasse ich drin stehen. Das Buy-Limit kannst du es dann an der Stelle hier sehen. 2,35. Das ist das, was ich übergeordnet angestrebt hatte. Und jetzt werden wir gleich ebenfalls sehen. Genau das, was ich dir beschrieb im Hinblick auf die sich abschwächende Dynamik. Wir sehen an dieser Stelle eben, wir droppen jetzt die 2,39. Jetzt geht es Richtung 2,38. Wir hangeln uns so langsam abwärts. Aber wir sehen eben auch, dass wir beginnen hier an dieser Stelle so ein wenig Momentum einzubüßen. Also es geht nicht mehr so dynamisch wie von 2,44 auf 42, von 42 auf 40, sondern jetzt fangen wir an, so ein bisschen hakeliger uns zu präsentieren. Und jetzt kannst du auch erkennen, jetzt traile ich den Stop. Das mache ich anhand des EMA 9. Also das hast du jetzt hier nicht erkannt. Das habe ich einfach nur in eine Handelsplattform eingegeben. Ich habe das, wie gesagt, auf dem Parallelbildschirm und ziehe den Stop eben jetzt entsprechend nach. Und du wirst auch gleich erkennen, das mache ich auf Minutenbasis. Also jetzt, wenn du jetzt hier die nächste Minute sich anschließend siehst, 37, dann wird entsprechend jetzt gecheckt und dann wird dann diese Linie entsprechend gleich weiter nach unten wandern. Und wir sehen in diesem Zusammenhang eben auch jetzt nochmal hier dieser Bereich, 2,38, 2,39, der wird gehalten an dieser Stelle. Also das heißt, wir sehen auch jetzt keine weitere Dynamik. Ich habe noch keine übermäßige Hetze, eine jetzt an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt schon ein bisschen aufmerksam und ziehe eben entsprechend den Stop wieder ein Stückchen nach. Kannst du jetzt hier erkennen, 20 Sekunden, nachdem die Minutenkerze vollständig ist, 42,05. Also das heißt, der Trade ist jetzt schon in trockenen Tüchern. Und dann werden wir gleich etwas feststellen. Jetzt sehen wir hier Drop der 2,38, ein kurzer Flasch nochmal in Richtung dieses Niveaus und dann kann die 2,37 aber gehalten werden. Also du wirst gleich erkennen, dass jetzt im übertragenen Sinne so ein bisschen die Party vorbei zu sein scheint. Also wir sehen keine weitere Beschleunigung in irgendeiner Form, so ähnlich nochmal, wie wir das eben gerade in den ersten Momenten zu sehen bekommen haben. Und genau diese Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, um 2,38 und das halten der 2,38. Das ist für mich so ein Zeichen, dass ich sage, eventuell war es das. Also nochmal, ich habe für die erste Hälfte gut verdient. Ich liege auf den Trade super profitabel vorne. Aber wir sehen auch hier zum Beispiel, du hast gesehen, 2,38, dieser Bereich, das war nicht ansatzweise so viel Volumen, was da eben bedient wurde, auf das abgeladen wurde, als das, was wir auf die anderen Level gesehen haben. Also schau nochmal hier ganz kurz. So, 2,38, wo sind wir? Da sind wir ungefähr, 97. Ja, also da kannst du erkennen, das ist wesentlich dünner. Das ist wesentlich dünner auf der 2,38. Lass das jetzt mal hier auslaufen. Da haben wir es gerade gehabt. Das ist wesentlich dünner, aber es gibt eben kein Flushout mehr auf der Unterseite. Das ist ein Change in Character. Also das ist ein ganz klares Signal, dass sich hier offensichtlich das Abwärtsmomentum an der Stelle abzuschwächen scheint. Und das sorgt eben dafür, dass ich dann sage, okay, jetzt nehme ich auf diese Bewegung auf der Unterseite, nehme ich den Rest der Position raus. Hier kannst du es sehen, bei Rückeroberung 2,39, da verschwindet der Trade dann entsprechend. Und ja, das wäre dann an der Stelle der Ausschnitt aus dem Tape eben tatsächlich gewesen. Das ist hochaktiv. Also das ist, wie gesagt, nichts für ein Zwischendurch, dass man sich dieses Tutorial an dieser Stelle mal anschaut, sondern das bedarf schon mal einer deutlichen Nachbetrachtung auch. Ich empfehle dir nochmal in diesem Zusammenhang, schau dir gerne auch nochmal das Tutorial zu den Basics an in diesem Zusammenhang, wenn dich das interessiert. Ich kann mir vorstellen, das ist schon faszinierend an dieser Stelle. Aber es ist etwas, was sehr viel Übung, was gutes Gefühl auch für den Markt bedarf und was du dann eben mit der Zeit einfach on the job lernst einfach. Und ja, hier in dem Zusammenhang siehst du einmal die Ausführung, die habe ich hier auch nochmal hier eingefangen. So gut erkennbar ist das tatsächlich nicht, weil da so ein riesengroßes Gap ist. Aber hier kannst du sehen, da war der Entry, da war der Exit und du siehst auch dieses Stallen in diesem Bereich. Also dieses Lesen des Tapes, das hat dir wesentlich frühzeitiger als dann eventuell bei Betrachtung eines Charts normalerweise, hat dir gezeigt, dass da wirklich eine Gegenbewegung anstand, die uns sogar bis 2,46 zurückgeführt hat. Also wir haben fast 6, 7, 8, 9, 10 Dollar. Die Gegenbewegung gesehen haben die gesamten Aufschläge hier, die wir zur Eröffnung umgesetzt haben, haben die eben wieder aufgeholt. Übrigens in dem Zusammenhang, dass die These richtig zu gewesen zu sein scheint, dass da sehr, sehr viel institutionelles Volumen eben auch entsprechend abgegeben wurde an dieser Stelle. Dadurch bestätigt, dass in den ersten 15 Handelsminuten hier mehr als 20 Millionen Stücke eben tatsächlich gehandelt worden sind. Das hatte ich dann am darauffolgenden Tag im Morning Meeting, hatte ich das kurz mal gezeigt an dieser Stelle. Also das waren die Instis oder einige der Instis, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier einfach mal einen Großteil unserer Exposure in Facebook eben tatsächlich abstoßen. Viel wichtiger vielleicht aber, neben eben jetzt dem Tape Reading als solchem, auch wenn das sicherlich das Spaktakulärste an diesem Video war, für mich selbstverständlich die Frage, was habe ich gut gemacht? Denn das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ihn danach betrachtet und ich war sehr, sehr zufrieden mit mir an der Stelle. Und ich würde das gerne nochmal machen. Also ehrlich gesagt, das will ich so in der Form genauestens wieder Stück für Stück, Schritt für Schritt eben durchleben dürfen. Und dann gilt es natürlich, sich die Frage zu stellen, was habe ich getan, dass ich so gut vorbereitet in diesen Trade gegangen bin? Und wie kann ich das also replizieren in der Zukunft? Gemeinwohl war es so, sehr guter Gameplan. Das ist mittlerweile bei mir standardmäßig, dass ich, als ich einen guten Gameplan erstelle, dass ich feststelle, ich bin halt jederzeit der Situation Herr. Ich weiß, was hier passiert gerade. Und das bedeutet etwas anders formuliert. Das gehört auf jeden Fall zu. Aber was mir besonders imponiert hat und was sich auch jetzt in den letzten Monaten begonnen hat, deutlich zu zeigen, ist, dass meine Anstrengungen im Bereich mentale Stabilität, Querstrich Meditation, Ausgeglichenheit, geistig frei zu sein im Grunde genommen, aber dennoch fokussiert zu sein, begünstigt eben durch Meditation beispielsweise auch Visualisierungstechniken, dass sich das beginnt auszuzahlen. Das hat sich dir definitiv bemerkbar gemacht. Ich habe mich selten so in dem Trade gefühlt oder zumindest bewusst in einem Trade gefühlt. Und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Auch in der Nachbetrachtung hat das riesen Spaß gemacht. Dann sich das nochmal anzuschauen hat mich auch motiviert. Und entsprechend natürlich weiter meine Meditationsschritte hier diesbezüglich zu durchlaufen. Sehr guter Fokus, wie gesagt. Das ist für mich auch nötig. Das ist ganz essentiell wichtig. Das erklärt auch, warum ich mich so wohl gefühlt habe in diesem Trade, auch warum ich den habe, so gut ausführen können, weil ich eben das brauche, wenn ich so schnell arbeite. Und du kannst dir vorstellen, also Distraction, Ablenkung, wie kannst du dir nicht erlauben, in solch einem schnellen Marktumfeld. Also wir haben jetzt hier einen Trade durchlaufen, das waren acht, neun Minuten. Das ging jetzt relativ zügig durch, aber nichtsdestotrotz, also da kannst du dir nicht erlauben, dass irgendwie das Telefon klingelt oder dass irgendwie der Amazon-Bote das Paket abbringen möchte oder die Kinder im Hintergrund schreien. Du musst wirklich vollends fokussiert sein an dieser Stelle. Und ja, trotz eben der Geschwindigkeit, das hat mir auch sehr, sehr gut darauf angefallen, trotz der Geschwindigkeit eben, weil ich ein sehr ruhiges Trade-Management, vollständige Kontrolle meines Risikos jederzeit. Also ich war jederzeit mir auch des Risikos bewusst, welches ich habe in dem Trade und habe dann ausgehend eben von diesem Bewusstsein und dem dennoch Fokus und der Konzentration, des Konzentrationslevels, was ich hatte, einfach top ausführen können. Was kann ich besser machen? Das habe ich so viel Positives gesagt, das wirst du dich wahrscheinlich fragen, kann ich was verbessern? Aber mit Sicherheit. Meine Tape-Reading-Skills, ich muss mir zum Beispiel die Frage stellen, ist das replizierbar, was ich hier tatsächlich getan habe? Also ich weiß, dass es replizierbar ist, aber nichtsdestotrotz, es gilt natürlich weiter Daten zu sammeln, Trades zu machen in diesem Umfeld und zu schauen, ob das langfristig positiv e.V. ist, also sprich einen positiven Erwartungswert hat und entsprechend eben profitabel ist in diesem Zusammenhang mit meinem Schaffen. Und da gilt es auf jeden Fall weiter entsprechend dran zu bleiben, Videos zu studieren und dergleichen und sich diesem Thema Trading ausgehend vom Tape, Tape-Reading eben tatsächlich zu widmen. Und ja, das wäre es in diesem Zusammenhang mit diesem Tutorial gewesen. Ich hoffe, dass das Warten hat sich für dich gelohnt, nachdem du dir das Video angeschaut hast zum Thema Tape-Reading-Orderflow Level 2. Und wie gesagt, Link dazu in der Description-Box dieses Videos, hat einige Klicks bekommen. Wie gesagt, ich habe auch zwei, drei Mails bekommen, ob ich dazu mal was machen könnte. Und ich hoffe, dass ich habe jetzt diesen Wünschen entsprechend hier Tribut zollen können. Und ich hoffe, dass du für dein Trading in Zukunft auch von was mitnehmen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like hier. Abonniere gerne den Kanal und schau gerne beim nächsten Trading-Tutorial wieder rein. Bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall im Orderbuch. Ich weiß jetzt, wo du mich, ich weiß, wo ich dich finde, du weißt, wo ich dich, wo ich dich finde, wo du mich findest. Und bis zum nächsten Tutorial. Happy Trading. Pass auf deine Stops auf. Hab dich wohl. Mach's gut. Bis dann. Und tschüss.